Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Weihnachtsmärkte gibt es solche und solche. Viele Jahre mussten die Bürger von Mayen auf ihn verzichten. 2015 gab es die heiß ersehnte Neuauflage. Und auch dieses Jahr an allen Adventswochenenden dürfen sich die Besucher auf einen bunten Markt mit zahlreichen Aktionen rund um den Mayener Marktplatz freuen. Wir haben viele von den Aktionen, die im letzten Jahr schon sehr erfolgreich waren, auch dieses Jahr wieder hier. Und zusätzlich gibt es aber auch noch einige Neuerungen. Wir haben zum ersten Mal ein Mayener Weihnachtsbier. Das kriegt man zum Beispiel auch da hinten am Stand der Eifler Küche und hier da, wo die Reibekuchen verkauft werden. Das ist schon die zweite Neuerung, die auch von vielen Leuten quasi an uns herangetragen wurde, dass man das gerne auf dem Weihnachtsmarkt hätte. Und dann haben wir natürlich wieder die ganzen tollen Aktionen aus den Vorjahren, wie das Kino-Openair zusammen mit der Veranstaltergemeinschaft. Es gibt wieder Einkaufen und Gewinnen als ersten Preis auch ein Auto. Die Mayener Weihnachtsmarkt-Taler sind im Umlauf und sie sehen, dass hier was los ist. Das Programm auf der Bühne läuft. Also wir haben es auch wieder geschafft, dieses Jahr viele Sponsoren zu gewinnen, um das möglich zu machen, dass hier auch ständig was auf der Bühne stattfindet. Also wir sind sehr zufrieden, dass das wieder gut läuft und auch gut angenommen wird. Das Angebot der Weihnachtsstände ist vielfältig. Zum Schnösen, Dekorieren und Schmücken gibt es ebenso etwas wie für den geliebten Vierbeiner. Mit der Location hat der Markt zugleich eine traumhafte Kulisse, egal ob historisches Rathaus oder die Genufäferburg. Apropos Burg. Jedes Jahr am ersten Adventswochenende besiedeln Handwerker, Künstler und Kaufleute die Genufäferburg. Im Burginnenhof und in den historischen Räumlichkeiten wird selbstgemachtes aller Art Pfeil geboten. Der Adventsmarkt auf der Burg ist bei Familien ein beliebtes Ziel. Aber auch der Weihnachtsmarkt am Fuße hat für Groß und Klein einiges zu bieten. Mit einem abwechslungsreichen Showprogramm und unterschiedlichsten Aktionstagen bietet das Team der MY-Gemeinschaft für die Besucher immer wieder etwas Neues. Außerdem können sich Interessierte bei der Biathlon auf Schalke-Tour, die durch Intersport Krummholz und das Autohausnet ermöglicht wurde, sportlich betätigen. Alle Infos zu Terminen und Öffnungszeiten gibt es im Internet auf mayena-weihnachtsmarkt.de Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.